hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich begrüße in gerechtzeit zu einer weiteren runde stranded deep ja ich hoffe ich geht es euch gut ist alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile zeit gehabt wir befinden uns am tag 44 wir sind letztes mal auf der insel gewesen ich habe ein bisschen material schon zusammengesammelt ein bisschen was hinten umeinander in der folge wieder bissl los ausbauen war mal im moment dann einfach wenig energie deshalb und sperren aber irgendwo ist noch eine krabbe unterwegs und ich hab einfach fast keine energie aber was ich gefunden hab ist einmal hier irgendwo da ist ein gelbes pflänzchen und hier haben wir hier stoff und balken ah blanken die weiß ich nicht ob man die brauchen kann aber meine stoff Jetzt hoffe ich, dass ich die essen, ohne dass mal was passiert. Laut meiner Listen ist unser Starterinsel irgendwo südwestlich. Wasser haben wir genug, ich müsse jetzt wohl nur mal was mitnehmen, dass ich die... Sollte das hier hin. Am. Nordöstlich bin ich schon auf die erste Insel gefahren. Dann müssen wir hier das Rote umgeschlagen und müssen da hinten irgendwo unsere Heimat liegen. Was ist die Insel dann dort drüben? Gerade nicht vom Boot auch glitschen. Dann müssen jetzt die da drüben sein. Jetzt müssen wir mal schauen, weil es nicht mehr ein Boot auch gehört. Und dann hat es einen Patch gegeben, da ist dann auf einmal gar nichts mehr gegangen. Jetzt machen wir auch wieder mehr Verbrauchsgegenstände. Oh, wir sind noch gut. Ah, das ist in dem roten Container. Ich muss gerade am Horizont ein bisschen schauen. Ich glaube, das ist die Insel gefahren. Entschuldigung. Bei so vielen Inseln. Bei so vielen Inseln. Na, wir werden ein bisschen verschlucken im Bett. Ich denke mal, wir sind jetzt da auf einem guten Weg. Bei so vielen Inseln. Bei so vielen Inseln. Bei so vielen Inseln. Bei so vielen Inseln. Lass uns fahren wir auf die Insel zur Höhe. Vielleicht haben wir, siehst du was. Aber es müsste jetzt schon unsere Heimatinsel sein. Bei. Die Vorgehen ist noch ein Kath судmen. Das schon вот ihre Heimatinselen. von der Osman Manufacturer am Internetinen Sieben. Die Wohnzimmer ist auch ein Monsterau und der Straße. Also, das ist, dass hier schon wirklich einfah. Das sind wir, die hope des Flüsnes in den Menschen 0x0. Das Einzige was mich ärgert ist, dass die Energie nicht aufgegeht, wenn es etwas ist. Das Schlimme ist auch wenn es gerade in dem Moment, wo es so eine Lade-Sequenz gibt, irgendwo stehst, dann ist es ja rund mit dem Schiff. Ich weiß nicht, dass ich mich offen knühe, aber jetzt sind wir gleich auf den Schiff. Musik 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 Und nochmal leben, sind wir gerade drüber gefahren. Musik 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 Ah, jetzt habe ich wieder. Musik Depois gehen wir da in den Schatten. Walden Wir fangen hier an, das alles abruhen. Musik 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 Schauen wir mal was haben wir denn alles dabei, Palmenwedel haben wir dabei, den legen wir jetzt gleich da rein, haben wir da schon einmal, einmal was zum Essen Juckra Nein Verdammt Verdammt Jetzt nehmen wir einmal die Juckra rein, jetzt brauchen wir zuerst einmal Wasser Die Pflanzen sitzen jetzt gleich rein Und da schauen wir was wir jetzt gleich Wasser kriegen Da müssen wir da irgendwie unterstehen Und da ist der Pflanzen Das ist die Pflanzen, das ist gut so den letzten aufzuziehen Da schwimmen bei der Haifisch 16, so halb so von mir aus gesehen Notosten. Pass auf, habe ich da noch irgendwo Balken mit Blanken, so will ich das sagen. Okay. Dann noch hier. So. dass wir mal ein bisschen Holz zusammenbringen wir brauchen eigentlich gerade das kleine Eck da zum unterstehen dann haben wir ein Seil, heben wir eins nach vorne haben wir eins verlängern könnten wir das zweite auch verlängern brauchen wir zwei Seile, eins könnten wir herstellen so einen Bau haben wir ich weiß schon wir brauchen eine Base, das ist mir schon bewusst finde Wasser ja das ist mir einfach so gut das ist mir einfach so gut hier Ehring's orme Jukra haben wir noch. Die legen wir rein. Die Planken lassen wir da. Das Gegengift bauen wir jetzt auch gleich. Dann ist das Material auch weg. Jawohl. Einmal Wasserschluck nehmen wir mit. Ich muss gerade schauen ob ich da wie ein Holzpark mitnehmen. Schau her, das passt gut. Danke schön. Da können wir das Floß schon ein bisschen wieder erweitern. Da schaut das schon mal wieder gut aus. Da können wir nämlich da zweimal so einen Holzständer aufmachen für die Laterne. Da haben wir nämlich mehr Licht. Einmal haben wir da irgendwo die Lampen drin gehabt. Die ist leer. Die ist leer. Passt. Da machen wir jetzt den zweiten Haken her und holen uns das zweite Licht. Das müsste da sein. Dann haben wir da schon mal Licht auf unserer schwimmenden Base. So, dann müssen wir was wissen. Hier ist eine Katastrophenfolge. So, zwei. Das tun sie nichts. So. Das was ich machen wollte, mache ich wieder nicht. Aber... Essen ist wichtig. Oh, gross. So. Jetzt haben wir da noch eine Art Frucht. Dann haben wir da noch. Vielleicht werden wir ja nicht mehr drin haben. Dann haben wir da noch eine Art Frucht. Aber... ... ... ... ... Die Flussere. ... ... Ein Seil braucht er. Ein Seil braucht er. Schau mal, wenn das in der Kiste nicht drin ist, vielleicht... Ich lasse das... Ich lasse das hier einmal in die Kiste rein. Einmal raus holen. Ich weiß, dass ich was zum Essen brauche. Und... Es ist... Fertig. So. 14 Stücke. Wenn ich. Auf. es geht ums puri überleben es geht ums puri überleben dann haben wir da die Saal, dann können wir da den Beuken draus machen, passt gut. Dann haben wir da ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf, fünf, Okay, ich bringe gerade Oefe zusammen. Jetzt tun wir zuerst einmal Essen. Dann haben wir nämlich die maximale Länge. Das sind die maximale Länge. Dann können wir da noch zweimal vier her. Und nach hinten auch noch vier sind achte. Dann können wir zwischen den Folgen einmal vier Baumroden oder Eisroden, die wir haben auf der Insel. Mal schauen, was sie dann ergibt. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, ich hoffe es hat so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Ja natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann ich gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren, sodass wenn es hier aus Stranded Deep weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich Ihnen nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportfreund, liebe Sportfreundin. Je nachdem wann, was du dir hier dieses Video schaust, vergess mein Leitspruch nicht. Überleben ist alles. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Auf allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!